Hallo, also ich bin Gardi Uta, Hello JogTV, das ist schon ein bisschen später. Also ich habe zwei Videos. Den einen habe ich selber erfunden, so halb wenigstens. Also, was ist für ein Elektriker der Lieblings-Schicksbierstuck? Was? Was ihr folgt. Also, und wenn es denen nicht gefallen hätte ich noch eine Uhr halten. Was sagt ein Blinder mit 100er Schmiererpapier? Was sagt er? Jetzt ist das Kling geschrieben. JogTV. 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 Was ihr folgt. JogTV. JogTV. JogTV.